Das hat gut funktioniert, als wäre noch irgendjemand nicht beeindruckt. Das bekomme ich nie aus meiner Hohen. Unbekümmertheit führt zum Untergang. Ich mache das. Solch ein wunderschöner Akt. Nicht unbedingt sauber, aber was soll's. Hier werden sie fallen. Jetzt kennen sie erbitterte Macht. Ich hoffe, Cygnus hat das gesehen. Erledigen wir sie. Nicht unbedingt sauber, aber was soll's. Das soll anderen ein... Ich habe kaum noch Mana. Unmöglich. Mir geht das Mana aus. Ich bewundere ihre Entschlossenheit. Aber ich beschütze den Orden. Ich muss meine Kräfte einsteigen. Ich muss meine Kräfte einsteigen. Sie greifen die Barrikade an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.